Mohammed, Ali und Ibrahim, Sie haben jetzt Text Nummer 20, das ist über Schuhmacher. Ibrahim beginnen Sie bitte, Ibrahim beginnen Sie. Okay, 2013, Ibrahim, 2013, ja, 2013, die andere, ein Skienfall, Skienfall, nee, 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 Ibrahim, Skiunfall, Skiunfall. Skiunfall? Ja. Nein, Skiunfall? Skiunfall, das Leben von Michael Schumacher, die Familie bleibt sich treu, Infos zum Zustand, die Formal, äh, Formal, äh, Formal Legende, äh, werden, werden schon lange, äh, lange zurückgehalten. Etwas, äh, etwas, äh, genau, äh, werden sie, äh, die, äh, Schumi-Fans wohl niemals erfahren. Ja, durch einen, äh, Schurz auf der, äh, Sturz. Sturz? Ja, Sturz. Die letzte, äh, die letzte, äh, äh, die letzte, äh, 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 mit, äh, nee, eine halb, monaten in, äh, oder hlinken, von, äh, Gärno, äh, Gärnoble und, äh, äh. weiter in knapp drei Monaten, um im Universitätskrankenhaus von Lausanne nach Hause an den Genepassi verlegt wurde. Ja, alle notwendigen Maßnahmen wurden getroffen, um dort die Reha im abgeschriebenen Kreis seiner Familie zu ermöglichen. Wie Sia Schumacher nach seinem Schiedelhinn-Traum, dem tagelangen Kampf gegen den Tod und dem, wochenlangen künstlichen Kommen mittlerweile selbst Einfluss auf sein Leben nehmen kann. Das sind Fragen, deren Beantwortung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Die Politik der absoluten Geheimhaltung soll im Sinne des des ehemaligen Fallpiloten sein. Schon vor seinem Unfall schützt Schumacher seine und seine Familie mit allen waltlichen Mitteln. Frau Kominner, Frau Corina und Mangarin. Frau Kominner, Frau Kominner, Frau Kominner, Frau Kominner, Frau Gust increases. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist gut. Mohamed, lesen Sie weiter. Dankeschön. Ja. Die Politik... Die Politik. Die Politik, die Geheimhaltung, soll im Sinne des ehemaligen Verarrest-Piloten sein. Schon vor seinem Unfall schützt Schumacher seine Privatsbürger und die seiner Familie mit allein anwaltlichen Mitteln. Frau Corina und Mangerin... Mangerin, Mangerin, Mangerin... Mangerin? Francie. Ja. Mangerin, Sabine, gehen. Fühlen, das streckt fort. Zum einen lassen sich durch die Komplexität... Komplexität... Komplexität, ja. Ja. Die Herren Verletzungen, wie in Schumachersfall, nach 16 keine verletzlichen Prognosen abgeben. Abgeben. Jede... Abgeben. Okay. Danke, Mohamed. Danke, Mohamed. Danke, Mohamed. Was bedeutet Zustand? Was bedeutet Zustand? Äh... Zustand? Mhm. Zustand, ja. Strategie, also... Was bedeutet Zustand? Sehen Sie das? Das ist zweite Zeile hier. Was bedeutet Zustand? Mawaad au Hishi? Mawaad au Hishi? Nein. Nein. Zustand? Hale. Ja, richtig, richtig. Situation, Hale, Wadah. Mhm. Und was bedeutet Mitteilung? 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 Äh... Mufassal. Mitteilung? Nein. Nein. Mitteilung. Die letzte detaillierte Mitteilung. Ja, ähm. Ja, ähm. Khabar, äh. Ja, ähm. Khabar, äh. Ja, äh. Ja, äh. Äh, Ibrahim. Was bedeutet Masnamen? Masnamen oder Masnamen? Masnamen? Ja. Masnamen, Masnamen. Schüssi, Mahaad au Hkritki. Ja, ja. Fahde hina ane tee jane, シhtaa? Nae, idaat. Ja. Ja. Noe, idaat. Masnamen idaat. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank, Mohamed und Ibrahim. Bitte sehr.